Ich dachte schon, wir müssten gegen den kleinen Geist kämpfen. Irgendwie möchte ich gerne diese grüne Lampe wegtun, aber ich möchte auch gerne die Dinger lesen, die geheimen Schriften, wenn es denn welche gibt. Da gibt es zum Beispiel keine mehr. Die leuchtet aber auch ziemlich weit, muss ich sagen. Das war doch hier mit der Katze an der Tür, oder? Genau, hier. Jetzt hat er seine normale Taschenlampe. Das geht so nicht. Ich habe ihn doch. Das ist nicht so, dass ich auch zusammengekommen bin. Was ist das? Ich hatte auch einen anderen Ort. Ich bin wirklich ganz großartig. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Ach, muss ich schon was anderes suchen. Ach, muss ich schon was anderes suchen. Muss ich zurück zur Kirmes. Spiel, Zeit, Streckung. Hol den Mond von der Kirmes. Allahopp. Den ganzen Weg zurück. Wo war denn da ein Mond, den ich hätte mitnehmen können? Ach, da war einer am Spukhaus, glaube ich. Habe ich da was gesehen, das zumindestens die Form eines Mondes hatte. Hm. Huch. Wenn ich jetzt zur Kirmes zurückgehe, ist da bestimmt wieder dunkel. Es wäre schön, wenn ich irgendwie Rabe wiedersehen würde, ich weiß nicht. Irgendwie vermisse ich den doch jetzt ein bisschen. Zumindest hat er einen auf Trab gehalten. Im Endeffekt war er ja doch nicht so gemein. Irgendwie hat es sei was von einer Meerjungfrau mit den zusammengebundenen Beinen, auch wie sie sich bewegt. Sie schwimmt ja sozusagen durch die Luft. Guckt, es ist wieder dunkel. Die Kirmes hätte ich auch gerne mal bei Taki sehen. Bestimmt noch viel schöner aus. Suche nach dem Mond. Keine Tauben mehr. Also ich hatte hier was gesehen. Das ist doch ein Mond. Das Mondzeichen fehlt. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Dreh dich doch mal um. Ja, auch sei auf den Hintern zu starren. Vielleicht hier auf dem Karussell. Jetzt bin ich ratlos, weil das habe ich jetzt doch nicht gesehen. Den Mond. Aber da ist noch eine Nachricht. Ich bin Rabe. Wieder Vogel. Raben sammeln glänzende Sachen. Hat Rabe den mitgenommen? Jetzt haben wir einen Raben. Wirklich glänzende Sachen. Ich dachte, das sind nur Elstern. Geht doch mal da rein. Geht doch mal da drauf. Was ist denn das da? Nichts Wichtiges. Geht doch mal da drauf. Ah je. Kann sich jetzt auch wieder nur um Stunden handeln. Ich habe auch keinen Mond gesehen. Zumindest wie immer erinnere ich mich nicht dran. Schauen wir mal hier. Vielleicht sind... Vielleicht ist dieser Dings auch ein Hinweis. Warum sind hier plötzlich überall keine Gegner mehr? Das macht jetzt irgendwie Angst. Okay, also hier war nichts. Jetzt hätte ich gerne so eine Turbo-Tasse, dass Seto richtig durch die Landschaft düst. Gehe dann um einiges schneller. Da fehlt es auch. Ach, vielleicht muss ich einfach nicht das Mondzeichen finden, was fehlt, sondern einfach nur ein Mondzeichen finden, das noch da ist. Das würde irgendwie Sinn ergeben. Dann muss ich aber nochmal zurück. Vielleicht ist... Wir haben Kettenkarussell oder sowas ein Mond. Ist hier vielleicht ein Mond? Ja, ist hier gut. Ist an jedem Fahrgeschäft eins oder nur einem Speziellen? Schäse ich jetzt mal keins. Dann nochmal zurück. Dann muss ich mal gucken, vielleicht ist es am Kettenkarussell oder bei den Tassen. Oder vielleicht war beim Kettenkarussell oder bei den Tassen eins. Das hier schaut es mal nicht so aus. Da sind Sterne drauf. Vielleicht ist hier auch ein Mond, den man mitnehmen könnte. Oder auch nicht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da stand da eben Turmhoher... Turmhoher Terror-Turm. Bescheuert der Name. Und was ist hier? Hör doch auf, Saima anzugucken. Also hat dann vermutlich doch nicht jedes Fahrgeschäft im Mond. Ich glaube, bei diesem Häuschen, wo man verlorengegangene Kinder abgeben kann oder wo die sich dann treffen können oder was auch immer, für das Ding da war. Aber ich glaube, da war auch nochmal ein Mond aufgemalt. Aber ich weiß es nicht, ob man den... Ob der halt wirklich aufgemalt war oder... Doch, ähm... Ach, jetzt sind hier Gegner. Du bist nicht tot, ich weiß es. Jetzt bist du tot. Hohe auf dem Mond. Be versteht. Du hast mich wieder. Huch, du bist ja noch da Ich dachte, du bist schon tot Da ist noch einer Nur für den Fall, dass es wieder sowas ist, wie schon alle Ich alle besiegen muss Wo denn? Da Du bist nicht tot Jetzt Noch ein Bonbon Ach, ich schlepp ja auch nur die ganze Zeit die Flasche mit mir rum Da Dann nehmen wir das Schild mit Was denn Mond? Super Gott, da ist draußen ist was los Wenn hier ständig irgendwelches Brummen und Hupen hört Das kommt von draußen Bring den Mond zum Hotel So Dann machen wir das doch mal Sehr schön Haben wir doch noch einen gefunden Schade, dass man da nicht irgendwie aufs Riesenrad kann Bestimmt auch geil Und die ganzen Täubchen sind weg Dann machen wir das doch mal